Sieht euch das rein? Ich haffe das einfach nicht. Wie kann man denn Spawn King so beschissen setzen von Zombies? Das haffe ich einfach nicht. Hallo meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Isaac Seeker. Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Left 4 Dead 2. Und wir spielen im Infektionszentrum weiter. Wir machen Nummer 3 das Einkaufszentrum fertig, wo wir das letzte Mal stehen geblieben. Und wir nehmen natürlich wieder unseren lieben Deadpool. So, und jetzt im Ladescreen erzähle ich euch nochmal was Schönes. Also was heißt was Schönes? Ich muss ehrlich sagen, es tut mir leid, dass ich letzte Woche nicht so wahnwitzig viel hochgeladen habe. Ich habe hier eine Folge aufgenommen. Also das, was ich jetzt eigentlich gerade aufnehme, das habe ich schon mal aufgenommen gehabt. Hat aber nicht ganz so wirklich funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar hatte ich Bild, Bild, aber keinen Ton. Ich habe irgendwie, ja, nee, oder ich dachte, nur habe ich jetzt nicht wirklich Bock, das nochmal aufzunehmen, um das Ganze oder nachzuvertonen. Und dann habe ich das Ganze einfach so, wie es war, in die Tonne gekloppt. Äh, jo, und deswegen machen wir jetzt da hier weiter, wo wir waren. Und, jo. Wer schreibt. Es ist wenigstens wichtig. So, kann ich ja mal kurz gucken hier, es ist ja inner am Laden. Gut. Ah, ich hasse Einkaufszentren. Dann nehmen wir erstmal eine schöne Snipp hier, wunderbärchen. Muni und Ditz machen wir erstmal ein bisschen leiser. Äh. Erstmal aufräumen hier, Alter, das ist... Eine Kabellage, auf dem Dicht, ist unglaublich. So, Maus. Ich sage, alle am Durchdrehen sind erst. Geht. Ich drehe immer ein bisschen am Rad hier. Beim Bein. So, und... Jo, wie ihr wisst, wird diese Folge wahrscheinlich auch länger als... Also als 15 Minuten. Weil... Jo, weil... Weil ich hier die Stufen durchmache. So, das heißt, bis zum nächsten Safe-Rooten machen wir auf jeden Fall durch. So, immer schön Muni nachholen, wunderbar. Du. Kacken. So. Und zwar habe ich beim letzten... Als ich das hier schon mal aufgenommen hatte, hatte ich einen fatalen Fehler gemacht. Und zwar bin ich vorgerannt. Und man, äh... Ich weiß nicht, ihr kennt das Spiel bestimmt. Weiter hinten geht dann... Irgendwann der Alarm an. Und da bin ich vor... Äh, ich fresse. Und da bin ich dann vorgestürmt. Und wollte eigentlich den Alarm schnell abstellen. Aber das Problem ist, da wo der Alarm drin ist, da ist gleichzeitig auch ein... auch ein Spawn-Punkt für, äh... für, äh... für, äh... für Zombies... für Zombies. Äh... Pile of Dead-Zombie-Bodies hier, so. Haben wir mal schon eine Schrodi, das Ding... Nö, ne, ich bleib mal... Ach wohl, weiß es nicht. Komm, nimm mal hier mal die Voll... die Voll-Auto, also die... die Automanik. Für die ich kein Skin gefunden habe, keinen gescheiten. Äh, hier ist... die Molly. Jetzt hab ich ja schon was kaputt gemacht. Ich muss ja auch noch runterrandalieren. Äh, ich hätte gern... unfreundlich mit denen. Ach so. Geh mal nauf, wa? Ah, okay. Werf mit... werden. Schön, und der Alice ist wie immer schön am Vorall. Schön auf Kopfhöhe reinhalten. Und jetzt... So, verpies dich doch, Alter. Geh mal dahin, wo der Pferde wächst, Junge, ey. Ernsthaft. Guten Tag. Ich probiere ein paar Kugeln, wo der Name draufsteht. Oh, ja. Du hast den Namen verloren, ey. Ich glaube nicht ganz... Was macht denn Coach? Lass mich mal auf. Da, was haben wir da hier? Wunderbar. Döschen Mountain. Halt doch. Jetzt juckt mein Ohr, ey. Oh, grausam. Fass es. Meine Ohren müssen immer jucken. Wenn ich aufnehme. Ja, renn mir halt noch fünfmal durch die, äh... Saublöde KI, ey. Rennen wir halt noch fünfhundertmal durch die, durchs Feuer, du Blinze, du. Sieh mal, gehen wir hier durch. Ja, mit. Oh, ja, das geht durch und durch. Gut. Ah, gut. Da, der läuft ein bisschen beschiss, ne? Da, da, da. So. Ja, fall ins nichts. Da, da. Sie fallen jetzt immer noch eine gute Idee. Oh, oh. Reload. Ja, Coach. Ich würd mich auch umdrehen, wenn ein Zombie auf mich zuläuft. Ich muss laden. Muss ich laden. Ja, was du alles musst. Bumm. Und der wahre Wegverkopf. Ich laden nach. Bumm. 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 So. Was ich das letzte Mal schon, schon lustig gefunden hab, die sind überhaupt keine Special Zombies. Was ich auch grad verstehe, ist, dass ich für die Waffe nur noch drei Schuss hab, was echt beschissen ist. Hab ich jetzt ab? Warte, von hier komm ich doch. Jeder schnappt sich ne Waffe. Ja, weißt du was? Wenn wir schon mal hier sind. Lade. Dann geh ich auch nochmal zurück und hol mir nochmal Muni, wa? Wenn wir das schon können. So. Aber ich nehm wieder das Schätzchen. Ja, das gefällt mir eindeutig besser. Ja, jetzt müsst ihr wieder hier unten ne Zumbiwelle auslösen. Ihr Vollidioten. Ich hör doch schon die Welle. Das wellt doch schon so vor sich hin. Ich kann ja schon fast auf der Welle surfen. So, und jetzt? Coach, wie immer. Was ne? Bam. Ja, alles klar. Verarschen. So, dann muss ich jetzt hier runter wahrscheinlich. Äh, guten Tag. Chill out, ey. Schreibe nichts rum. Alles ganz ruhig. Alles ganz chillimili hier. Coach hat's auch nicht mal geschafft. So. Weiter geht's. Im Tick. Bitte, Herr, lass den Imbiss intakt sein. Alles klar. Würde ich nicht drauf bitten, dass der Imbiss intakt ist. Haben wir hier irgendwas? Ne. So, meiner geht's. Tüdelügel. Ich weiß gar nicht, was der zählt soll oder was. Ich sag mal, das ist gerade so ein bisschen, so ein bisschen boring. Ich guck gerade wieder in der Verleihung, um hier ein bisschen auszukriegen. So ein bisschen was. Komm, steht der. Lade nach. Vorsicht. In your head. Lade nach. Naja, Alice hat mich geschützt. Würde mich nur mal interessieren, vor was. So, tot. Also tot sind wir eigentlich schon. Lade. Springen runter. Lade nach. So, Alice, komm mal her, eigentlich. Ey, komm, raff dich. Nimm die Dinger. So, und jetzt müssen wir doch... Wohin ich doch was Feines hier. Nehmt das! Durch die Tür. Lade nach. Lade. Lade auf. No Schmokering. So, was haben wir hier findet? Eine Egg. Ne Egg. Can I ask you a question? Oh, 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 oh. Ein blödes, blödes Scheisssturmgewehr. Einen blödes, 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 blödes Scheisssturmgewehr. Adrenalinschuss! Beziehungsweise ein Stabler. Mein geliebten Puckker. Hier und an! Stabler. Ihr seid dumm wie ein Brot, ey. Es ist unglaublich. Nett. stabile tür alles klar ich hab mich auf dem tisch gedanzt hallo bisschen anstand so wir haben gehört sie haben internet sie haben fernseh empfangsfähige geräte ja auch auf dem scheiß haus hier da 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 ist der anschluss so irgendwas gescheites auf dem scheiß haus irgendwas drinnen der hütte die hat drin die draußen am rumpaller ballerien schließen sich mit ihr gegenseitig ins kreuz oder wird muni stock fix der hier in der mitte arschgeige ich mir gerade taken holt euch mal muni hier schätze den alarm hören nicht nur wir die hier auch der so und jetzt immer genau an dem punkt wo ich das letzte mal vor gerannt bin um eben den alarm auszuschalten was ich aber schlussendlich als fatality wie ich herausgestellt habe das lag dieser neun zehn frames halleluja ja apowolf reins äh schlechte frame rate und so das wird sich alles ändern wenn ich in in ein paar wochen meinen neuen rechner kriege dazu mache ich ein schönes unboxing video wir müssen los leute und zwar habe ich mir da was schönes bestellt leute die mich kennen die wissen was ich gestellt habe also die mich persönlich kennen äh leute die es nicht tun die werden warten müssen aufs unboxing video oder ich hab schon wieder übelst muni versaut äh schaß ich kann mir was vor das muss ich jetzt auch machen weiter weiter hoch so ich muss meinen leute trotzdem sagen ich hab kaum noch muni so und gleich kommen wir an die schöne stelle hin wo ich vorhin schon erinnert hatte krass da hinten ist nämlich der alarmraum Alarmraum da stürmen die ganze Zeit hier raus und das sind die Haufen Wellen Alter muss ich mich hier alone supporten oder was? Ich kann mich nicht selber supporten, das geht einfach nicht Ich kann mal abwarten Da hinten ist nämlich der Raum Da stürmen die Zornbissen nur da raus, ey Jetzt kommen die anderen von hinten, was geht denn? Ich raste aus, ey, es ist tot, Kurt ist gleich tot Jetzt muss ich mich wieder zurückziehen, wenn ich den abmordere, oder was? Auf dem Himmel, Mann Das ist genau die Sache, die ich gemeint habe Jetzt wirst du umsingelt von den scheiß Zombies und kommst weder zurück noch vorwärts und kannst immer deine eigenen Member retten, ey Ich hasse das Ja, weißt du was, Fick auf die, ey Fick Coaches auch mittlerweile down Ja, wir haben's doch Wir haben's doch So blöd, ey So blöd, ey So blöd, ey Geschissensetzen von Zombies Das hasse ich einfach nicht Jetzt komm ich weder vorwärts noch rückwärts Zieht euch denn mal rein Ich bin hier am duckjumpen Damit ich hier rauskomme aus der Erde Ich komm einfach nicht raus Jetzt muss ich langsam mal mich verfreien von den Ladies Und muss mich mal healen Fick der noch mal Keine Zeit für Hilfe Ich krieg da keine Hilfe, wenn ich Hilfe will So Alice hat's erwischt Coach ist gleich tot Rochelle kann man nicht Das mach ich erst mal den Was hast du denn? Paps Danke fürs Abstellen Danke fürs Abstellen Nee, es geht mir, ey Warte, den nehm ich mal mit So, dann helf ich jetzt erst mal Rochelle holen Hilfe Ich lass dich doch nicht zurück Ich lass dich doch nicht zurück Komm hoch mit dir Ja So Besten Dank Ich hoffe du hast ein Medkit dabei Ja Alles Komm schon So, wunderbar Hey, was soll das, Mann Hey, was soll das, Mann Was soll das, Mann? Nimm dir gleich eine Überdosis Du Affenkopf Du Und weiter geht's Komm, ich nehm mal die Shotgun hier Komm, Rochelle, auf dich So, jo, weiter geht's Ich nehm die Shotgun Action Äh Exit klingt gut Ja, ich werd auch erst mal so hinrennen Meine Fresse, ey Feigengefühl wie ein Feigengefühl, was ich eh nicht muss, ey So, ich hab ein Hypebomb, wär mal was schickes Aua, die Liege Sonst liegen noch überall was hier So, also muss ich erstmal zurückschreiben Oh Lade nach Caps Lock Am Au Aufnehmen Zack So Lade nach Aufpassen Wunderbar ist da noch ein Freund von mir in der Aufnahme drin Bam Bam Ich hab auf dich geschossen, um dich zu retten, du Fotze Ich muss ja nicht gleich mit Oh, ist... oh Wie süß, ich kann jetzt gerade leider nicht zurückschreiben Weil ich gerade hier ein bisschen gemetzel drin bling Reden ist auch noch so eine Geschichte, die man lernen muss Bumm, Bumm, Bumm Was ist das am Arm? Ich hab gedacht, irgendeine Waffe Bis die Moni sparen nach Recht Da haste Recht, wo muss ich eigentlich... Ich glaube aber, keine Ahnung, wo ich gerade durch muss Bumm, in your face Oh, ich hab da was... Ja, Pipebomb Alter, ich bin die Pipebomb, Jungs Was ist das? Reiß ich dir den Kopf ab und schaß euch Elf in Hells Wind, ey Oh, mit dir Verpiss dich, Alter Hast du überhaupt nen Staplerschein, Junge? Was willst du denn? Ach nur, was wollt ihr denn? Wir keine Freunde, oder was? Ich schenk euch nichts Ich schenk euch nichts Hier gibts nichts gerade Na, du hast mal die stille Treppe ein bisschen zu ernst genommen, ne? Alter, lass mich doch mal... So, ja dann Reload mal Buhu So Äh Mit dem Verstecken gespielt, oder was? Muss ich denn hin? Das hab ich jetzt auch noch nie gehabt Das hab ich jetzt auch noch nie gehabt Das hab ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gehabt, dass ich nicht wusste Erstmal schön die Beine brechen Erstmal schön die Beine brechen Ah, Gott im Himmel So Wenn ich doch noch Wüsste, wo ich hin muss Wo ich hin muss Hm Da hinten ist Licht, Alter Also geh ich mal davon aus, weil ich muss dahin, wo Licht ist Ja Ah, Safe Room Leck mir am Arsch Komm 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 Oh mein Arm Der Safe Room Ja, leck mir die Füße Äh Ich Haste alles So Kromm Muss ich erst nachhelfen Scheiße sofort rein mit euch Wo ist denn dein Problem, Fotze, hm Der Wolf übrigens nen falschen Weg Oh, das gibt's nicht Jetzt ernsthaft Jetzt hat der noch ne Zombie Horde Michelle, du Fotze, muss ich dich erst killen Ich raste aus, das gibt's nicht Ja, mach doch jetzt alle hier rein, los Du Affenkopf, Alter Los, rein mit euch Fick deine Oma, Mann Ich bin hier im Sack So Und du raffst dich jetzt mal rauf, sonst kill ich dich Ja Jemand hat mich beschossen Scheiße, ich bin getroffen Scheiße, Mann Scheiße, Mann Scheiße, groß scheiße Kann nicht wahr sein Die nächste Aufnahme eh wieder da, von dem her Jetzt rätst du aber noch raus Jetzt raff dich wieder in den Raum hinten rein Und spalle ich dir auch ins Gang Willst du nicht mehr? Zeit für ein wenig Vendetta Deine Oma, Alter Hey, vielen Dank Oh, vielen Dank Gern geschehen, nachdem ich dir den Rücken geschossen hab So, und jetzt raff dich rein Alle rein! Ich lauf so schnell ich kann Frohes Neues Das tut weh So Und Damit ist diese Runde vorbei In der nächsten Runde sind alle wieder da, da ich wieder eine neue Aufnahme starte Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten Ihr dürft gerne liken Ihr dürft mich gerne abonnieren Ihr dürft gerne teilen Überall wo ihr wollt Äh, jo Dann Warte ich jetzt noch hier, bis der Loading Green zu Ende ist, ne? Äh, und dann Hoffe ich doch, dass Also wenn ihr die Aufnahme seht, dann hat das geklappt Wenn ihr die Aufnahme nicht seht, ja dann Muss ich auch Siehste, da haben wir doch wieder den Coach Und die Olle So Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss